Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Stromkreis des Kupplungspositionssensors hoch. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt für viele OBDI-Fahrzeuge ab 1996. Dies kann Fahrzeuge von Dodge, Ford, Smart, Land Rover, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Mercedes, Toyota und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Der OBDI-Fehlercode P0808 und die zugehörigen Codes P0805, P0806, P0807, P0809 und P080A sind dem Schaltkreis des Kupplungspositionssensors zugeordnet. Dieser Stromkreis wird vom Power-Control-Module PCM oder vom Transmission-Control-Module TCM basierend auf dem jeweiligen Fahrzeug überwacht. Der Zweck der Kupplungspositionssensorschaltung besteht darin, den Status der Kupplung an einem Schaltgetriebe zu überwachen. Dieser Vorgang wird durch Ablesen der Ausgangsspannung des Kupplungspositionssensors erreicht, die anzeigt, wann die Kupplung eingerückt ist. Der Kupplungspositionssensor ist normalerweise ein grundlegender Ein-Ausschalter, der in den meisten Fällen in der Nähe des Kupplungsfußpedals an der Halterung angebracht ist. Eine konstante Spannung liegt typischerweise auf einer Seite des Schalters an und die Kontakte werden durch Einrücken der Kupplung geschlossen, die die Spannung an den Anlasser oder den Anlassermagneten überträgt. Diese Grundschaltung und dieser Schalter verhindern das Starten des Motors vor dem Einrücken der Kupplung. Wenn das PCM oder TCM eine höhere Spannung oder einen höheren Widerstand als erwartet im Schaltkreis des Kupplungspositionssensors feststellt, wird der Code P0808 gesetzt und die Kontrollleuchte des Motors oder die Getriebe-Warnlampe leuchten auf. Ein Kupplungspositionssensor Was ist der schwere Grad dieses DTC? Der schwere Grad dieses Codes ist normalerweise mäßig, aber P0808 kann schwerwiegend sein, wenn das Fahrzeug bei ausgekuppelter Kupplung startet, was zu einem Sicherheitsproblem führt. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0808 Fehlercodes können gehören. Motor startet nicht Der Motor startet ohne Einrücken der Kupplung Getriebe-Warnleuchte leuchtet Überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P0808 Code können sein Kupplungsstellungs-Sensor Defekt Fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung Lose oder defekte Masse des Steuermoduls Korrodierter, beschädigter oder loser Stecker Defekte Sicherung oder Sicherungsverbindung Falls zutreffend PCM oder TCM-Defekt Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0808? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildings, TSBs, für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Kraftwerk zu recherchieren. Unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen. Der zweite Schritt besteht darin, den Schalter des Kupplungspositionssensors zu lokalisieren und nach offensichtlichen physischen Schäden zu suchen. Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung durch, um die zugehörige Verkabelung auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen. Als nächstes überprüfen Sie die Anschlüsse und Verbindungen auf Sicherheit, Korrosion und beschädigte Stifte. Dieser Vorgang muss alle Kabelverbinder und Verbindungen zum Schalter des Kupplungsstellungssensors, zum PCM, zum Anlasser und zum Anlassermagneten umfassen. Konsultieren Sie die spezifischen technischen Daten des Fahrzeugs, um festzustellen, ob eine Sicherung oder ein sicherungsfähiger Link in den Stromkreis integriert ist. Erweiterte Schritte Die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung. Um genau zu funktionieren, diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug. Zu den spezifischen technischen Daten gehören Diagramme zur Fehlerbehebung und die entsprechende Reihenfolge, die Sie bei einer genauen Diagnose unterstützt. Spannungsprüfungen Wenn die Kupplung ausgekuppelt ist, sollten auf einer Seite des Sensors entsprechend 12 Volt anliegen. Wenn die Kupplung eingerückt ist, sollte auf beiden Seiten des Sensors Spannung anliegen. Der Anlassermagnet oder Anlasser sollte je nach Konfiguration ebenfalls mit Strom versorgt werden. Wenn bei diesem Prozess das Fehlen einer Stromquelle oder Erdung festgestellt wird, ist möglicherweise eine Durchgangsprüfung erforderlich. Um die Integrität der Verkabelung, der Steckverbinder und anderer Komponenten zu überprüfen, Durchgangsprüfungen sollten immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt werden, und die normalen Messwerte für Verkabelung und Verbindungen sollten 0 Ohm Widerstand betragen. Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verkabelung, die offen oder kurzgeschlossen ist und repariert oder ersetzt werden muss. Sie ihn durchgangstest von der PCM oder TCM-Steuerung zum Rahmen bestätigt die Wartungsfreundlichkeit von Erdungsbändern und Erdungskabeln. Das Vorhandensein von Widerstand ist ein Hinweis auf eine lose Verbindung oder mögliche Korrosion. Was sind einige häufige Reparaturen für diesen Code? Korrosion von Steckverbindern reinigen, reparieren oder ersetzen fehlerhafter Verkabelung durch gebrannte Sicherung oder sicherungsfähige Verbindung ersetzen. Falls zutreffend, reparieren oder ersetzen fehlerhafter Erdungsbänderfläschen oder ersetzen des PCM oder TCM häufiger Fehler der Austausch des Anlassers, des Anlassermagneten oder eines Steuermoduls, wenn der Kupplungspositionssensor oder eine beschädigte Verkabelung dieses Problem verursachen. Hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu weisen und das Problem mit dem Fehlercode Ihres Kupplungspositionssensor-Kreises zu beheben. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service-Buildtanks für Ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben.